Und da sind wir wieder zurück. Zurück im Mechang Slayer. Ja einmal voraus bitte. So diesmal wissen wir was er uns erwartet. Eine nach dem anderen. Wir beim Turntag schießen. Das klingt nie zu gut. Wir fallen ja nicht runter. Oh der ist jetzt nicht. Couch. Macht ihr damage. Oh die muss nachladen. Oha. Der ärgert mich. Einen Moment. Jetzt. Hoppala. Na das hat funktioniert. So. Ich brauche die dann nochmal. Ja. Du auch. Und da. Und Löwe. Wir gucken dass die alle weg sind. Ähm. Nun kommt da noch Nachschub. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe einfach mal dass es da so war. Ich hoffe das war's. So. Und Planeten sind auch nicht schlecht. Äh. Wiederspeichern. Dass wir nicht überlaufen müssen. Wenn es. Jetzt schieb geht. Ich switche auf die. Pulsgranaten. Weil die sind effektiv gegen Robots. Und sollten sie zumindest sein. Und dann versuchen wir das nochmal mit dem. Großen Boy. Ja. Ich merke. Und da kommt er. Ah. Aber es ist ein schlechtes Timing. Ja. Das ist gerade. Äh. Ungünstig. Ja. Deine Position. Meine Position. Jede Position. Ah. Ah. aber dort machst du oh ja genau lad erstmal in ruhe nach die gute zeit hast dafür sein kopf funktioniert immer noch der head mounted laser und der head mounted laser ist gut was das war kein neues bauteil so okay okay sein okay so rein will ich da rein kann ich daran darf ich da rein muss ich da rein das ist das große turret so eben ein großes turret kaputt gemacht hier geht es weiter ok hier gibt es shit level up, ja mach gleich, mach gleich, mach gleich wie komm ich da rein? komm ich da rein? darf ich da rein? lässt das Spiel mich da rein? Möchte das Spiel jetzt hier reinkommen? Oder möchte es das verhindern? Eine K-Batterie. Ah, hier war das große Ding. Interessant. Ist hier irgendwas? Wow. Wo bin ich denn hier? Oh. Ah, hier ist das andere Ding. Hier ist das andere Turret. Und es ist auch so eins. Das ist halt schon ein bisschen gemein. So, irgendwer hat sich versteckt. Da kam ich her. Hey, Ada. Hey, how may I be of service? Glad to be of service. Ja. Dann nimmst du das hier. Kannst du eigentlich auch das hier nehmen. Und vor allem das hier. Das ist ja auch schwer. Irgendwas drin. Ja, eine Richtungsjagdbank. Aber das scheint auch schon alles zu sein. So, also sollen hier weiter. Sehe ich das korrekt? Äh, erstens ja. Zweitens. Die Frage. Geht auf mehr. Das Schlimmer. Äh, ja. Scan this. Öffne das. Let's go. Ich baide über drinnen die Türen wieder. Ähm. Secure from Du Prints. Scan this. Dieser Zwischenraum hat keinen Sinn. Wirklich. So, das sehe ich hier keinen. Ah. Let's go. Kleber. 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 Kann man hier genug Kleber haben? Ich glaube nicht. So. Eine Sache, die ich hier ausprobieren würde. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon funktioniert. Oder erst später. Ich weiß nicht, ob die Leute wie du. Ich weiß nicht, ob die Leute wie du. ok das scheint noch nicht das scheint erst später zu funktionieren und das wird ganz lustig gefällt mir hier das wort übrigens sollen die irgendwo sein das ist eine op board okay das ist ich glaube ich sollte mir ein paar drogen einschmeißen und nein und nein natürlich muss ich noch mal machen demnächst das ist von deutschland schneller ja weiß ich danke dem nachfragen habe ich vor das war der plan glaubt mal das hier so 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 und den rest schiebe ich hier dann zu so jetzt geht es schneller aber diesmal wissen was wir tun und was wir tun so open this ja so an das hier das aber wunderschön bisschen raum schaffen wieder wir machen müssen da unten sind nun übrigens flüssig das ist ein schönes dann haben wir noch weniger wo wir diesmal hau ich mir zumindest ein bisschen mehr dex rein das ist was ich über dich machen hoppala die kleinen scheiße ist ja fast nicht wert war das schon der gefährliche ich glaube das war noch nicht der gefährliche wo wir erst noch war das der gefährliche war das der gefährliche dafür dass es gefährlich war war ja nicht sehr gefährlich wahrscheinlich war diesmal kein legendary war power substation kann ich hier nicht irgendwas ausschalten vielleicht dem irgendwie die power kaputt machen hier kann ich die reaktoren in die luft jagen oder sowas oh hm scheint nicht so ähm ja das ist ganz gut und das ist auch gut weg auf duck tape kann nicht schaden power armor reparier station bringen pumpen ok ich muss ja nicht drücken ok und da ist wieder der der uns probleme machen wird der auch die we die 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 Nee, wird es nicht sein. Nee, ich brauch auch noch ein paar. Ich brauch auch noch ein paar, äh. Erfahrungskunde. Ja, die hat schon ein bisschen was aus. So, wo war der Dicke? Das ist der Dicke, ne? Disciple Armor. Das ist etwas zu früh. Hey, da rennt die so direkt voraus. Warum ist da noch der Sound? Ja, ich wollte gerade zeigen, da passiert doch nichts mehr. Der Sound ist ein bisschen düstlich, wach? Ähm. Power Substation B. Und ich kann hier nichts machen. Nicht irgendwie, ich weiß nicht, die Power reduzieren oder sowas. die Produktion ein bisschen beeinflussen oder so. Ich suggest, wir nehmen so viel, wie ich kann. Well, yes. Das wäre die Idee. Und nicht, dass mich irgendwas oder irgendwer davon abhalten könnte. So, äh, Clug Saved. Weil wir verrecken hier doch. Haulichfinger, als ich dachte. Ich will davon ausländisch mit Level 60 sind vorbereitet sein. Bei einer Quest, die mit Level 15 startet. Aber. Wollen wir nicht. Das ist halt, wenn alles mitlevelt. Äh, nein. Einmal habe ich die Demolition. Ich seh die Mention zu sehen. Ja, ma'am. Äh, ja, aber einmal, nur ganz kurz. Dann fäng ich mich ein paar Sachen verschrotten direkt. Danke. Und das. Und das. Und das. Und das. Und alles das. Oh, facility direkt als Monotape. Hallo. Airfiltration's on the Fritz again. It's like a constant haze in here. I swear to God, if these people don't quit smoking, I want to sue for health benefits. Yeah, like anyone here would allow that to happen. Anyway. I got McDaniel up there taking a look. Oh fuck's sake. I'm having fatly fired. Let's mich das hören. I don't care if he is some Hotshots kid. He can't do this job. And I'm the one that's got an answer to Rawlings. Danke. Na. Werden wir sehen. So. Wann sind wir hier nicht die Bösen, ne? Hm. Per O, das was ich tue. Nichts zum Abschalten. Nichts zum Abschalten. Ich würde gerne Dinge abschalten. Und lass mich. Ey, dass du das nicht hinkriegst, war mir klar. So. Keine Gegner? Nichts? Wirklich? Bis. Ist schon gut, um wahr zu sein. Und vor allem too easy. Hm. Hallo? Keine Gegner? Hallo? Hallo? Open this. Quick save. Zur Sicherheit. Wie quick save ich jetzt ein bisschen öfter? Ah, ich weiß wo wir sind. Warte, warte. Jetzt aber. Ich hätte vielleicht die Zimmershot-Rüstung mitnehmen sollen. Scan das. Äh, die Zimmershot-Maschinenpistole. Ich hab hier an. Meine Güte, diese Türen. Oh, die sind immer noch da. Ich dachte, wir wären mein Mechanist. Aber sie wird man noch nicht. Die facility ist groß. Ah, okay, warte. Da könnten wir vielleicht lang. Also, ansonsten. Grüße vielleicht. Holding Block A. Ich glaube. Jetzt ist doch noch ein ganz schönen Weg vor uns. Property Storage. Gut, da wir scheinbar noch den Weg vor uns haben, würde ich sagen. Vielen Dank, für's zu sehen. Und bis zur nächsten Folge. Bye. 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 Musik Musik Nein. Musik 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 Musik